Guten Morgen über dem Knoten- und Mengerskirchen zum Seeweiher hin und nun natürlich nach Waldernbach ins Talrhein geht die Sonne auf. Ein wunderschöner Morgen um 6 Uhr am Seeweiher hier im Westerwald. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ein erholsames, wunderschönes Wochenende. Auf bald und tschüss, sagt euch die Claudia. Bye, bye. Ist ein toller Tag.